Hallo, wir sind Familie Osso. Wir sind das Mewa-Feinkost-Team und sind Charisma-Partner der Sparkasse aus Sodam Harz und haben euch einiges zu bieten. Ob es die Feinkostgerichte sind, ob es Dönergerichte sind oder ob es das Frühstück ist. Überzeugt euch selbst und kommt gerne vorbei. Wir sind eigentlich Kurden, kommen aber aus Syrien. Das meiste ist was die Seite so angeht. Eigentlich ist es auch nicht kurdisch, türkisch oder arabisch, sondern es ist ja eigentlich deutsch. Der Ursprungsdöner kommt ja aus Berlin. Eigentlich ist es ein deutsches Produkt. Aber wie gesagt, wir haben ja eigentlich alles. Was die Theke angeht, es ist zwar griechisch, so kennt man das ja, aber auch bei uns. Sowas ist auch bei uns am Frühstückstisch. Also das kennen wir auch nicht anders. Auch bevor wir den Laden hatten, hatten wir immer Oliven morgens stehen und auch sowas wie Peperonis und so. Also auch wenn es sich griechisch anhört, ist das trotzdem gehört zu allen Ländern eigentlich. Also zum Beispiel die, die hier wirklich zum Frühstücken kommen, das sind immer eigentlich dieselben Leute. Also die kommen auch wirklich regelmäßig und das ist auch das Schöne an der ganzen Sache, weil man, ja das ist dann nicht mehr ein Verhältnis zwischen Verkäufer und Käufer, sondern schon, also es ist schon ein anderes Verhältnis. Genau, wir haben halt noch den Partyservice, so nennt sich der. Und zwar sind das so Platten mit Feinkost mit drin. Also es gibt halt verschiedene Arten. Manche wollen mehr Meeresfrüchte haben, also hier Garnelen oder Tintenfisch oder ähnliches. Und die anderen mögen eher dieses gefüllte, hier Piperonis, Paprika ist gefüllt. Darauf stehen auch sehr viele, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir dann auch noch die Möglichkeit, dass die Leute auch warm bestellen. Das ist ja jetzt kalt, warm haben wir natürlich auch. Also viele sagen hier, wir sind 20 Personen, wir hätten gerne 20 Portionen Fleisch. Das gibt es auch sehr oft. Wir machen dann immer alles fertig, alles was dazugehört mit Reis, Pommes, Salat, alles was dazugehört und halt noch ein bisschen Feinkost. Viele haben auch, wir haben auch das belegte Fladenbrot. Ich glaube, das ist so mit Abstand, ja das was am meisten verkauft wird, sage ich jetzt mal. Genau, das ist ja das belegte Fladenbrot. Das ist einmal ganz normales Fladenbrot. Da kommt erst mal Frischkäse drauf oder angemachter Käse nennen wir den. Und das ist so eine Art Weichkäse mit Kräutern, Knoblauch und alles und genau die beiden Sachen. Dann kommen Tomaten und Gurken drauf, Krautsalat, Bauernsalat. Also der Bauernsalat ist so ein Salat mit Paprika, Schafskäse und ein bisschen Gewürze. Aber wie unsere kompletten Soßen gemacht werden, das wissen wirklich nur ich, mein Bruder und mein Vater. Aber ansonsten die ganzen großen Feiern, da werden wir wirklich auch gefragt. Meistens mache ich das dann auch, dass ich den Kunden die Möglichkeiten zeige, weil ich habe dann auch viele Bilder bei uns auf dem Handy, dass ich ihnen sage, wir haben die und die Variante, wie sieht es denn aus. Und dann ist das auch meistens so, nein machen sie einfach, ich vertraue ihnen. Wir machen das auch wirklich so, wenn es hier in der Nähe ist, ist ja auch meistens so, also bis Herzberg rum oder was wir jetzt auch hatten letztens Bad Lauterberg hatten wir auch. Also wenn das jetzt auch alles im Umkreis ist, dann liefern wir auch. Also für große Bestellungen nutzen mit der Charisma Card, dass sie dann sechs Töner bestellen, die Karte vorzeigen und nur fünf bezahlen. Das ist ja auch ein super Angebot.